Hier Böhme, der Ball abgewehrt, Markus Schupp und das 1 zu 0 für Frankfurt in der siebten Minute. Durch Freund und Feind rollte der Ball und auch Torwart Guillaume reagierte etwas spät. Manfred Binz, viel Zeit. Okocha und das 2 zu 0. Der Lohn für viel Engagement und Risiko bereitet im Spiel. J.J. Okocha, einfach ein Genuss, ihn heute spielen zu sehen. Eine Minute später, die Düsseldorfer Abwehr vollkommen orientierungslos. Binz, Harkner und das 3 zu 0 in der 41. Minute. Die Führung der Frankfurter hochverdient und Ausdruck dafür, dass die Umorganisation der Düsseldorfer Abwehr ein totaler Flop war. Düsseldorf verliert in Frankfurt mit 0 zu 3, verdient nach einer schwachen Leistung.